Der Felt-Team macht den ersten Anlauf, nice. Okay, das ist easy. Das ist easy. Warte mal, ich werde da ausjangen. War ich jetzt nach oben, oder? Ich glaube, ich werde hier oben erstmal. Scheiße, ich muss doch mal die fangen. Ah, jetzt geht's oben. Was hast du gefunden? Isephus, der nach Kashik. Cordova hat den Namen Taful erwähnt. Ein Wookie-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashik. Ganz hinteren ist der Weg gerade freigeschalten. Sehr schön. Ja, war ein simples Bezel. Die haben es nicht gedacht. Machen wir jetzt wieder eine Runde. Hier noch oben. Enttäuscht das nur. Alles klar. Passt. Okay, wenn die Kashik von den selbstbewussten, die selbstbewusst wahrscheinlich Sips sind, dann sind die Wookie's auch alle Sips. Wookie ist der Böser. Dann ergibt die neue Star Wars-Triologie tatsächlich Sinn, weil Wookie ist der einzige, der überlebt von den alten. In einem kleinen Karten. Ausulando Carissi, aber das war ja schon immer eine Handlung von Rubbergar. Und immer. Deswegen halt, ja. Haben wir dem Imperium den Weg bereitet? Nein. Speichern. Fähigkeitspunkt auch noch nicht und jetzt durchprügeln. Hahaha. Ohohoho What the? Der ist da unten, da hinten ist die Kiste Verstanden Paketenwehrung, Paketenwehrung, Paketenwehrung Paketenwehrung weg Schütteln rein Auch manchmal das wichtigste Komm wieder her Oh, sauber abgelenkt, nice, Schutzschild Hahaha, sehr schön Ich geh jetzt erst hier in den Banken Was bringt nichts zu uns zu kämpfen, wenn der da mit Raketen auf mich schmeißt Bekämpft ihn einfach Haltet mir den Rücken frei Das war da einfach so zu spät nicht mein Fehler Gut, dann brauchst du ein Raketen-Typ Aufdaunt Stell dich endlich im Kopf Stell dich endlich im Kopf Du gehörst mir Komm, schau an Ja, du bist erledigt Oh, verdammt sie bist erledigt So, down Ah Stimmt ja jetzt, wenn du Guck mal Hahaha Guck mir Echos nehmen Oh Ich habe ein seltsames Gefühl Wir treffen sich sehr vor Aber warum? Um alles kaputt zu machen Ah Warte kurz vorgucken Links von mir oben Links von mir oben In die Richtung Anscheinend nicht Man Gut, da kommt man noch nicht hoch Da oben Warte 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 Wo war das hier? Wie dachte man noch? wir machen erst mal die tür woher wird man da geht vor sehe ich jetzt schon ich komme ich auch nicht rauf hier komme ich hier runter sehr schön ich bin gerade irritiert weil muss mich gerade orientieren warte 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 wie geht jetzt auch und links mitnehmen so weit es geht ja 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 mach die hütte auf macht die hütte auf das habe ich nicht erwartet eine riesige statur sollten dann nicht auch sehr vorsachen drin sein upgrade damit das kommt anschluss du hast recht ich könnte deinen damit ersetzen reparieren werde ich mal da war jetzt kommt anschluss besser jetzt das versuche dort dann lassen wir hacken Da bekommen wir neue Zugänge? Ist da drüben jemand? Nein, niemand. Ich könnte doch wegstoßen jetzt. Ich sehe dich. Okay, da war eine Lücke. Habe ich zu spät gesehen? Naja, passiert. Hier nochmal auf. Wahrscheinlich. Wo ist der Typ? Ah, der ist down. Ist doch wurscht. Hauptsache wir können hacken. Hä? Wo ist der Typ? Was ist der Typ? Was ist der Typ? Was ist der Typ? Der muss zum Kumpel. Das fehlt mir. Oh, wir brauchen mehr Luftspieler. Ich sehe dich. Geht die auch nicht. Dammit. Wollten wir jetzt runter schmeißen. Ich muss sie eröffnen. Danke. Wollten wir mit den Machtankriften runter werfen, aber das ging gar nicht. Wer da war, ich glaube ich auch noch nicht bin. Oder? Doch, 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 doch. Wenn ich hier lang gehe, ist da oben noch eine Tür, die ich öffnen kann. Hier ist aber auch noch was. Hier geht es nur woanders lang. Warte, machen wir hier platt. Ich bleibe an dir dran. Ich bleibe an dir dran. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Orientieren. Wollen wir uns hin? Kriegt gerade aus, okay. Es ist so ruhig seit wir die Dorfbewohner umgesiedelt haben. Ja, jetzt warte. Achtung, Jedi! Verteidiger Program. Kein Überlebenden, erschießt ihn! Verstanden. Wie ist das wirklich? Ich lasse dich zu... Joden. So, die sind down. Fall nicht zurück, BD1. Aufzug geht von der Seite nicht. Ich muss diese Tür hacken. Das war's. Danke. Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde mich selbst darum kümmern. Neue Fertigkeit einpacken. Erstmal Fertigkeit zu bauen. Wir nehmen mit, hier von der rechten Seite. Wir leben. Regeneriert zusätzlich Leben, wenn er ein Stim-Behälter verwendet. Ist nicht schlecht. Maximale Gesundheit wird erhöht. Keil denkt Blasbolzen auch von links ab. Das ist jetzt schwierig, ich hab nur einen Punkt. Wir nehmen das mal hier. Wir werden viel mehr regenerieren, wenn wir das Ding da verwenden übernehmen. Für die ist es chilliger. So, ausruhen, dann sind die Typen da drin oder da. Aber ja, kein Thema. Das sind ja chillig. Das sind echt chillig. Was ist ja schade. Ich kann jetzt nicht dumm werden. Doch, geht. Holt euch das Ziel. Ich habe kein Einbringling. Ich regle das. Hey, in Ordnung. Das wärst du bereit. Okay, breit mir Zeit dann. Chillig. Haha, Leben ist super gut. Wie geht's da aus? Ich denke ich mal, geht nicht auf. Wir gehen mal auseinander, die Jungs. Haben wir sowas von? Du äh, kannst erst mal einen Witz erzählen. Nein. Keine Ahnung. Warum? Ha, witzig. Hat das jemand verstanden? Ich nicht. Das macht nichts. Ich sag mal, Prinz hat Persia lässt grüßen, oder? Hört doch ein bisschen an Assassin's Creed. Das rumrennen. Das rumrennen. Dann haben Sie einen Rass zu gewinnen, die St draws. Dann gehen Sie zum einen Lass und in der Speran. Es wird sicher. Oh nein. ist das was zu sein. Ich will das nicht mehr. Wenn es bin ich die generieren das ist toll das andere genommen das haben wir Den haben wir? Was? Schießt auf ihn! Schießt ruhig! Feuer fütteln! Jawoll! Greift ihn an! Schnell! Fangt ihn! Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Hol euch den Feind! Oh nein! Das war unser letzter Fernkampfkuppler! Erfüll eine Mission! Macht ihn fertig! Was? Was? Du hältst uns nicht auf! Ich hoffe das nicht allein! Das ist weg. So, kurzer Friesentil. Das kann man jetzt nicht mehr scannen. Schade. Zwei Türen. Einmal hier. Gehts nicht weiter? Bleiben wir nach oben. Immer nach oben. Oben ist immer gut. Wieso sind imperiale Basen eigentlich immer schwarz-rot? Gehts nicht lang? Welche Infos hast du über die Jotas Kreatur? Sie ist so stark, dass sie Arme aus der Schulter reifen kann. Oh. So stark also, hm? Sogar noch stärker. Sie kann jeden in zwei Teile zerreifen. Das ist jetzt genug Infos für einen Tag. Okay. Sogar durch. Arbeit weit! Vielleicht erst mal hier gucken sollen. Ja, sondern ich kann alle abknallen lassen. Okay. Hier kann man noch nix machen. Noch nicht. Achtung! Gedi! Dafür kriegen wir dich! Ich mag das, wenn die schießen und du zusammen durchschleuterst. Ich muss diese Tür hacken. Die hacken erstmal hinten um. Ah, der Fahrstuhl. Das heißt, ich kann da unten jetzt hier meditieren. Wo war das hier? Ich muss mir mein Leben zurückholen. Und dann nach oben rennen. Und das Tolle ist, ich bekomme hier noch ein paar Erfahrungspunkte, weil hüten sind ja alle ruhig spart. Ob hier jemand herumschreit? Jede gesichtet! Ja, ok, verstanden! Wir werden wohl alle Belohnungen an nichts! Kann man kaputt machen, warte mal. Das war ein Robot. So, der ist da unten. Alles gut. So, mit ein paar Stunden nach oben. Da muss man weiter gucken. Wer hat mir einen eindringlich? Äh, jetzt heißt es du oder ich? Ich. Der ist schwarz. Der hat eine Falle hier! Die Rasse! Ich habe einen Truppler mit schwarz-rotter Rüstung ausgeschaltet. Wie die auf Bracca. Auslöschungstruppler. Die jagen ausschließlich Jedi. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Bracca ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Aber ich danke nur, was ich jetzt hier eigentlich gerade mache. Aber eigentlich sollte ich ja zum Raumschiff und danach geschickt gehen. Da springen wir es versaut, aber da komme ich nicht hin. Runterspring ist tödlich, rüberfliege kann ich nicht. Schön, hier gehts abwärts. Das sind alte republikanische Kreuzer. Auch nicht schlecht. So. Alles mitgenommen. Okay. Ja. 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 Wie gehts hier weiter? Kann ich einfach so ins Wasser spielen? Kann ich. Ich ahne nichts Gutes. Luis, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade, äh, nein, äh, nicht beschäftigt, nie beschäftigt. Ähm, äh, brauchst du denn was? Hier sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, wow, 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 das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Nein. Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Äh, also du bist wirklich, äh, gern geschehen, Kleiner. Ich, ich, äh, ich muss weg. Ich habe Handschuhe. Ja. Also, äh, wir sehen uns. Äh, tschaui. 1, 2, 1, 1,... Prats die Kleiner. Hmm. Na? Das ist doch nicht so gut. Jetzt kann man scannen. Jetzt fahre ich mal was das für ein Ding ist. Der ist eigentlich relativ easy, aber mit diesen besparten Ratten ist das echt Mist. Man sieht schon, ob das Kampel ist auf dem nicht hoch in der Kontrolle. Das macht ja nichts. Oh, Lamas? Das ist eine Maske. Sieg? Höchst mich! Oh ja, das tut. So, eine Ziege down. Andere Klipp da oben. Ziege weg. Das kann er jetzt hacken hier. Aber ich kann gewetten, da ist so ein Skin drin. Ich bin jetzt hier hinten nicht. Das hört sich an wie ein Robert. Eigentlich müsste ich zurück, ich darf mal ganz kurz hier nochmal halten. Ich glaube, so schnell komme ich nicht zurück. Weil ich kann mich nicht mehr rauben. Shit! Okay, dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Hier geht's drauf. Wenn da was leuchtet, ist hier bestimmt irgendwo eine Falle. Da kommst du nicht rauf. Müssen erst die Dinger da hinten aktiv sein. Das heißt, hier muss man irgendwann anschalten. Shit! Alles ohne Strom. Okay, hier vorne geht's lange. Zurück komme ich nicht. Ich müsste eigentlich zurück zum Schiff. Da unten massenhaft Türen, die man noch öffnen kann. Ja, das ist doch. Dahin muss ich. Aber irgendwann bin ich glatt und falte Richtung die Wand. Auch nicht schlecht. Das ist doof. Also für mich. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie durch. Und dann am Schluss dann landen. Das ist doof. Ich kann mir glattern. Jups. Ich kann mir glattern. die dürfen da noch mal durchrennen, verriere ich der gegner mehrmals um sie in zwang zu bringen da habe ich schon mitbekommen so ein bisschen leicht isekiro style verdammt ich muss sagen es macht schon spaß also schon glaube ich ist nicht zu schwer jetzt in dem sinne gut also einfach auch nicht doch da bringt was ich gehe einfach mal durch rennen, oben hin, dann da oben durch flitzen und dann mal gucken alles was leuchtet will ich besuchen die bewohner haben das denkmal für die klone auf dem venator gebaut siehst du das imperium ist nicht unsere einzige sorge der tunnel war überflutet wie konnte es dazu kommen nur ein rätsel mit den kugeln das war ein wagen ist das war nur ein einziges nach kaltem öl nein kumpel nicht du es ist das wasser so kann man das machen hier kannst du meditieren was unter umständen so neue fertigkeit das heißt mehr leben so ihr leben eingepackt das hat sich jetzt auch noch einmal spielen das sind damit sich auch da einfach hier wollte sie damit stehen was der klopfte wein ich muss zum schiff und ich gehe motiver was mache ich denn kürzen das ist nicht schlecht hat er den einfach weg geschossen nice zum gucken da oben irgendwas aber wird das nur eine ziege bevor ich jetzt hier lang gehe will ich erstmal da oben hin und hier kannst du ja auch irgendwo hin da mit das ist das ist das ist das ist das ist das ist